Ich brauche ein bisschen mehr Munition Okay Da oben sitzt auch noch einer Ja komm raus Alter Hier So Jetzt müssen die auch noch ein bisschen Munition haben oder? Ne die haben nur für Pistole Ja okay Kann jemand mit der Pistole rumrennen ist ja auch nicht so schlimm Ich wurde gehackt Wow Ey Wow Jetzt kommt der Angrant oder? Ja klar Die Typen mag ich überhaupt nicht Nein Weck mich So Und jetzt nehme ich doch die Schrottflinte Besser als nicht Okay Okay So hier ist noch was Okay Jetzt sind wir wieder ein bisschen aufgerüstet Aber ein bisschen Also für die Schrottflinte Okay Ich will erstmal hier rechts gucken Rechts war nichts Okay Okay Dann gehen wir halt in die Mitte durch Das ist doch schon einer Ja Ja komm her Da war doch noch einer oder nicht? Oh Oh Das sieht gefährlich aus Wow Na super Mmm Okay Oh Hier ein bisschen Okay Gehen weiter Oh Oh Ein paar Bühnchen Oh Oh Ich lass mir ein bisschen Zeit Zeit Wolf 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 Ich verspreche's dir Gott sei Dank Könntest du uns helfen? Es waren so viele Wir waren machtlos Ein Ancient hat Dr. Drawn auf Unit 33 entführt Sie sind da lang Bitte Beeil dich Hol Hilfe Okay Machen wir Sie darf nicht verloren gehen Spannaparadies Okay So und weiter geht's Oh Scheiße Die wollen höher Kilo Ich halte Lini Drows Act Traktions auf Okay Cool Keine Art Keine Art Alter wie viel hier steh'n Leck mich Das ist überhaupt nicht schwer. ..und so, ne Lauf Ich fahre auch so ne Waffen Ach leck mich doch mit euren scheiß Granaten Bam Loll Ich konnte ja nicht mal aufheben hier vom Waffen und so Überhaupt nicht schwer und so Gibt's hier nicht irgendwie noch was Geh ich halt ein bisschen näher ran So Gehen wir halt immer ein bisschen in Zweikampf Er kommt her Alter Was ist denn das für ne scheiß Stelle Leck mich am Arsch Ach scheiße Die wollten höher Kilo Ich schau mal ob ich die nächste Ansonsten So Leck mich So So hier Licht Links Links da haben wir noch So Endlich Muss man hier rüber gehen Oh hier ist nichts mehr Ja das war's alles So einfach kann's gehen So einfach Aber da müssen sie es wieder so schwimmen Oh da ist noch ein Dings Den können wir auch nochmal aufheben Meins aber entführt Und gehen hier durch Okay Okay Oh das tut mir jetzt aber leid Alter Kommt erstmal hier angestürmt Oh da ist noch ein Dings Oh da ist noch ein Dings Oh da ist noch ein Dings Ach komm Snipern ist scheiße Ah endlich Na komm Snipern ist scheiße Ich stehe mal in die Mauer Geh mal von hinten ran Okay hier lebt keiner mehr Oh Gott Immer was im Auge Ja so Leider geht's Ah da wartet er schon Schön Danke Für den leichten Kill Hier geht's nicht weiter Okay ich muss hoch Leider Tja das hat's euch zerquetscht Das tut mir jetzt aber nicht leid Okay ich bin auf dem Dach Scheiße ihr Fluchtschiff ist stark Schön Dann können wir jetzt eigentlich hier verschwinden Oh schöne Musik Die ist zu oder? Ja dann geht's nur hier lang Oh Hell Gefunden Mobile Kamin Global Kampf Zentrale Ich gebe niemals auf Klar Kölnerung verloren Schön Und du stirbst jetzt auch Bäm Ne Warte um Und Boom So Fertig Och du Scheiße Oh ne das ist unfair Meinst du nicht das ist ein bisschen unfair Aber nur so ein bisschen Aber nur ein bisschen Alter wenn ich das so schwer spiele Leckt mich am Arsch